Der Buberz ist legal, geballert wurde auch am Ostermontag. Viel Spaß mit dem Recap. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde Cannabis in Deutschland teillegalisiert. Das bedeutet, man darf legal kiffen und das würde natürlich auch um 0.01 Uhr direkt getan auf Twitch. Hier zu sehen bei Vincent Wied mit über 3000 Viewern. Benjamin Mool war live am Brandenburger Tor, wo hunderte Menschen eine fette Buberz-Party feierten. In Zukunft wird es wohl mehr Streams mit Cannabis-Content geben. Ich bin sehr gespannt. Und damit kann nun legal gekifft werden. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das Highlight, wie aktuell jeden Montag, war natürlich wieder die Baller League. Dieses Mal Game Day 11, der letzte Spieltag vor dem Finale. Am nächsten Samstag, den 6.04. könnt ihr euch auf jeden Fall merken, dieses Datum. Genau, einmal zu sehen hier mit Montag, aber wieder live am Start mit Snipska und mit Max Kruse aktuell. 44.000 Viewer. Dann natürlich Knossi war auch wieder mit dabei. Trimax, der später auch selber gespielt hat. Dazu kommen wir gleich noch. Und Hand of Blood ebenfalls live, wie jeden Montag. Genau, ein paar Eindrücke hier nochmal. Also Border League, das ganze Thema, gefällt mir richtig gut. Ich finde es sehr geil, wie die Zahlen auch vor allem sind, wie das Ganze wächst. Wöchentlich mehr Fans, neue Fangruppierungen. Die haben Trommeln dabei, die haben Trikots. Also richtig, richtig geil. Hier nochmal der Blick zu sehen aus der Kommentatoren-Boof. Hier mit Knossi, Trimax, Boateng und den Kommentatoren. Und zu sehen, 95.000 Viewer. Also auch hier knacken wir wieder knapp die 100k an einem Montag. Ja, Knossi war als Kommentator auch im Einsatz. Diesmal beim Spiel von Hardstack Royale gegen die Käfigtiger. Und dann war es endlich soweit. Trimax wurde eingewechselt. Er spielte selber im Spiel gegen die Käfigtiger. Und als letztes gab es dann ein One-on-One. Und Trimax hat versucht, ein Tor zu schießen, aber ist leider nicht geschafft. Dennoch sehr, sehr geil, einen Streamer bei der Baller League live dabei zu sehen. Ja, nochmal ein paar Eindrücke. Trimax kickt ja in der, was ist das, unterste Klasse Hamburg irgendwo. Sechste Liga oder sowas mit Hardstack Royale. Dementsprechend eher nicht ganz unerfahren. Und sie konnten das Spiel mit 5 zu 3 gewinnen. Genau, und als letztes nochmal die Ergebnisse. Nämlich die Gönner, die All-Stars 0 zu 3 gegen die Last-Ligas-Ladies. Hollywood United gewinnt 3 zu 2 gegen die VfL Zimbus. Streets United gewinnt 5 zu 3 gegen Eintracht Spandau. Beton Berlin und die Protatos trennen sich 6 zu 6. Hardstack Royale, das Team von Trimax, besiegt die Käfigtiger mit 5 zu 3, wie eben angesprochen. Und Kalte Berlin gegen Grönsie 2 zu 4. Damit am nächsten Samstag, den 6.4. live in Düsseldorf, die Top 4, die Finale der Baller League. Kalte Berlin, Streets United, Eintracht Spandau und die Last-Ligas-Ladies sind dabei. Ausgeschieden Plätze 5 bis 12. Beton Berlin, Hollywood United, Golden Sea, die Protatos, Hardstack Royale, VfL Zimbus, die Gönner, die All-Stars auf dem vorletzten Platz und die Käfigtiger auf dem letzten Platz. Neben den beiden Highlights gab es natürlich auf Twitch auch noch weiteren Content, wie zum Beispiel ein neues Game, der Anzeigen Hauptmeister Simulator, hier gesehen bei Cardi R. Kitten. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob dieses Game wie die anderen Simulationsspiele auf Twitch durch die Decke gehen wird. Deswegen folgt gerne für mehr Infos. Thema Sabaton, Thema Schlorox, ein Update. Er ist bereits seit über 1100 Stunden live und zum Zeitpunkt gestern noch 14 Stunden auf der Uhr. Dann Twitch, we are live with The Rock. Ja, die haben sich, glaube ich, einen kleinen Brillscherz erlaubt. The Rock im Sinne von The Rock. Aber hier nur unbeliebte Objekte, nämlich ein Stein zu sehen, stundenlang vom Twitch-Kanal. Dann abends, Axel auf der Heimfahrt mit seiner Mutter, ist die Frage, wer ist wer. Und gestern habe ich auch gesehen auf Twitch relativ neu, Schwarzwald John, der Bodybuilder African Rhino. Herzlich willkommen und alles Gute dir auf Twitch. Die es noch nicht wissen, die wissen es jetzt. Nämlich als letztes kommen wir wie immer zu den Zahlen, hier zu sehen von 20 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr. Oben markiert in Rot natürlich die Baller League, der Main-Kanal. Dann hier zu sehen in Orange die einzelnen Streamer, die ebenfalls die Matches übertragen haben, wie zum Beispiel Monte, Hand of Blood, The Real, Knossi und Trimax. Und ab 22 Uhr das spanische Pendant, beziehungsweise die Gründer dieser Liga, die Kings League, ebenfalls live gewesen mit Fußball. Und hier zu sehen die Zahlen von 23 Uhr und 24 Uhr. Es wurde etwas ruhiger, hier nur noch Trimax online. Die Baller League auch etwas weniger, Viewer mit nur noch 60.000. Und sonst der Überblick von den Zahlen auf Twitch. Da euch der Recap gefallen hat, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das Video zu liken, teilen und vor allem abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn ihr wisst ja, 500 dieses Jahr. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Tschaui. Tschaui. Tschaui.